Im Prälude offenbart sich in auf- und absteigenden Wellen die große Linie dieser Suite. Für Bach war der biblische Psalmist David, der sich selbst auf der Harfe begleitete, ein Vorbild in der Verherrlichung Gottes mit Musik. Den Namen David finden wir am Anfang als Melodie und am Ende als Akkord in der Tonfolge wieder. Mit diesem Prälude schuf Bach ein Psalm ohne Worte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Musik